Glück auf, meine lieben Freunde. Es hat eine kleine Wahlpanne gegeben und zwar unter dem Wahlvideo, also unter dem Wahlzeitvideo, was heute um 18 Uhr erschienen ist. Da standen ja die ganzen Namen und bei den Namen stand dann immer, ich stimme für und dann der Name des Wahlkandidates. Da solltet ihr eigentlich einen Daumen hoch oder einen Daumen runter geben können. Das ging aber nicht aus irgendwelchen Gründen, die ich immer noch nicht so ganz verstehe. Ich habe jetzt unter dem Wahlvideo, also nicht unter diesem, sondern unter dem, was um 18 Uhr rausgekommen ist, nochmal alle Teilnehmer verlinkt. Und jetzt solltet ihr auch einen Daumen hoch geben können. Ihr wisst ja nur Daumen hoch zählen, Daumen runter, wenn nicht bewertet. Und ja, ihr könnt keine Kommentare unter dem Wahlvideo schreiben, aber unter diesem. Das heißt, wenn ihr irgendwas zur Wahl zu sagen habt oder zu kommentieren habt oder auch zu dem Wahlvideo, wie es euch gefallen hat und so, dann könnt ihr das unter diesem Video hier machen, unter diesem kurzen Infovideo. Aber hier bitte keine Stimmen abgeben für die Kandidaten. Die bitte unter das Wahlzeitvideo, das ich auch nochmal in der Videobeschreibung von diesem Video hier verlinke. Und wer jetzt noch durchblickt, der ist ein schlauer Mensch. Und ja, es tut mir leid, aber die Wahl geht weiter und bitte unter dem Video, also nicht unter diesem, sondern unter dem anderen, abstimmen. Oh Gott. Liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Und das ist eine schlauer wollte ich Sies. Und das ist eine schlauer, để es nicht unter dem Video grab Kitchen. Und ich hoffe mal, levigen, ab dolls mit anderen làn. Und dann kommt das mit wir durch sul В Help